ja hi und willkommen mein name ist aniel p und ich begrüße euch zurück zuletzt play tells of spd die definitiv edition in der letzten folge haben wir den schreien vom bakter noch ein bisschen erkundet und ja wir sind hier direkt vor einem also nicht hier ist ein speichelpunkt zu teils verdächtig denke ich jedenfalls und ja ich habe jetzt nichts gemacht zwischen den letzten part wollte erst noch für juri und die drei sogar ein bisschen weil sie nicht die dinger hier hochleveln aber dann hätte ich wieder den ganzen schreien ja draußen gehen müssen und das hätte schon ein bisschen gedauert und darauf hatte ich keinen bock und deswegen spielen wir jetzt weiter boom wir sind immer neues zell retten und hier ist immer noch kein wichtiger das heißt heiliger trank wir gehen nicht die heiligen trinken aus wenn das hier so weit geht 6000 geld neue waffen bitte heilung zu haben wir als jedem kämpfer für jeden besiegten gegner dann wer noch was für hat kolosseum oder so mehrere gegner auf einmal bekämpfen muss dann kriegst du immer wieder hp zurück nach jedem gegner hat klingt doch einer guten idee soll jetzt kommt der arbeit pass auf jetzt kommt auch ihren boss oder so und da ist sie ich merke hat sie hat nicht die klamotten an die wir sie die wir er gegeben haben ich meine wenn man irgendwie ein charakter enthält auf da bis irgendwelche komischen klamotten gegeben hat und die nicht abgenommen hat dann sind sie damit irgendwie noch in der katzen ins rumgelaufen auch wenn sie nicht im team waren und so richtig witzig wenn man irgendwie erst diesen power ranger dieses power ranger kostüm gegeben hat das ist die intellektion die da die wir gesehen haben koha tschu no krissey me will trinno zacktino de alledon wana tun leiasi no jizu de konno mon oi ja steere bojo cdewon noi des koha hahaha ah an so dr Musik Sie hat nicht Rita gesagt. Nein, Chip ruiniert. Ich bin mit mir. Wenn ich nicht sein kann, dann kann ich die Kraft. Alexei! Stopp, Alexei! Okay. Das war's. naja das wert mein nomo Temei nan zu ni ようはないそうだ 皮肉なものだな 長年追い求めたものが 不要になった途端転がり込んでくると そう 満月のことはアパティア それに我が知識があればもはやデインノモスなど不要 何寝言言ってやがる つべこべ言わずエステル返しな ヒメがそれを望まれるかな な なに寝言言ってやがる つべこべ言わずエステル返しな ふん 姫がそれを望まれるかな なに寝言言ってやがる つべこべ言わずエステル返しな ふん 姫がそれを望まれるかな エステル エステル様 エステル どうしたのよ エステル わからない なにいってんだよ エステル エステル このユーナ 来いエステル わかんねえことはみんなで考えりゃいいんだ エステル 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 何だって menschen wir sollten verfolgen nein ok es ist es 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 ich habe so einen verdacht sie sie wollten Was ist das? Ich glaube, das ist nicht so, was ich. Die Mitglieder der Gruppe der Geist-Union ist der Team der Geist-Union? Ich dachte, dass ich das erste Mal gesehen habe. Ich verstehe. Das ist das. Das ist das! Was ist das? Nei, Reib! Was ist das? alles klar haben wir schon wieder ein plotter ist ja schwann schwan 43 370.000 ok aber ja dann kann posten überkämpft glaube ich ich verstehe kein wort danach haben natürlich auch japanisches der raven war die ganze zeit auch ein ritter bei dem bösen so ob gott welchen knapp muss jetzt noch mal drücken alle einsetzen warte mal juri du hast doch der mystic art wenn ich jetzt noch wüsste wie wenn ich wüsste wie ich greife einfach immer weiter an immer weiter immer weiter da muss ich nach karten einsetzen oder oder auch nicht kann ich mehr wie man die einsätze ich habe schon mal eingesetzt mit juri ich glaube nicht eine mystische art herz der rache auf lehnen ernsthaft von allen leuten musst du natürlich brücken wie ich koch nix gut dass er jetzt alle neue sachen lernt und so aber sehr gut ich habe auch er zwei gedrückt aber dann natürlich wenig klappt aber gut da kann es glaube ich wir haben schon 100.000 fast 100.000 ja schon wieder mit immer die mit naja ehrlich hergeblieben schon wieder im ding warum muss ich dann jetzt so nah an den herangehen und ich nach den geschick form kann ich die angriff von weit noch ansetzen auch hoch das hat schick form wieder gern mal kritische form machen jetzt bin ich geschickt form ok danke ja aber es hast du mit matthoflin so ein siegel hier noch einer in der nähe ja so einfach ist der kampf jetzt nicht gebe ich zu aber könnte sehr viel schlimmer werden heilung wie carol muss carol noch tot nicht gerade wieder erlebt da gibt ihn gibt ihn man kann es überhaupt mit schwert kämpfen mann auf den halte ich mal wo wo da alle sind betreibt ehrlich wenn hilfe arbeit und dann aufgestanden ich würde wenn man keinen heiler haben ich mein versuch sein bestes aber das war es auch schon das geht weg geht weg von dem typen man steht alle da in dem seine nähe oh gott auch 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 so aber da war vielleicht nicht so gut gut carol glaube ich ja du hast voller ap irgendwie so ein multi heiligen vielleicht auch nicht schlecht gerade fertig mit einem angriff irgendwas 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 auch nicht so viel gebracht ehrlich gesagt aber da versuchen wir mal klein aber feinen sachen ja ich habe gar keine mitnehmen angriff jetzt gibt der uns ja alle kommen jetzt gar nicht mehr ja ja irgendwas hallo auf die umzubringen patrick na mein gott ehrlich nicht mich ja ich habe mich mal jemand becken danke ich darf diesmal weg eine form jetzt ist er wieder über limit eine menge gegenstände kaufen vom ende des tages war ehrlich nein gewäckte mir hier weg von mir nein jetzt trifft er uns ja alle oh mein gott ehrlich was ist nicht nein das hat er abgewährt gibt es jetzt nicht und warum kriegt flin so voll auf die frisse man habe ich die tp mit juri er hat nicht mehr so viel kommen ich brauche mal ein bisschen mehr so ich komme wir haben eine menge von den dingern merke ich gerade warum wenn die fressen was haben wir dich voll ist wahrscheinlich noch einmal ich jetzt juri wieder steuern nein okay geh auf mich nur auf mich wenn es geht dieser besser erreicht mich noch gibt es jetzt nicht wir können nicht mehr so oft folgen das geht nicht fliegt weg nein ich hab's vergessen da kommen wir in die fresse und freck das ist ja gut da war nicht so einfach nein kraft bringen weiß nicht gab es da wieder irgendwie eine besondere kondition über ja erfüllen mussten oder so sei es nicht so aus konditionen 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 immer noch nicht wieder mal dass sie nachher sein dann müssen kathies blaster auto glaube ich ich merke sein name ist schwan aber sein echter name oder ich weiß ja nicht weil ich ja davon der echte namen ist wenn sein anderer namen mit raven schwan raven schwan habe zwei vögel versteht joo それも減るみ式ということが自分な気づかなかった 多分 15会えるのかありにー俺の dépend力で動いているからだろう 霊力で動くものがスティーワ Oh, nee. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Oh, no, 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 no. Oh, no. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Vielen Dank. Und dann... Du... Dave! Dave! Gehen wir, Karol. Aber... Gehen wir! Ich glaube, es war nicht so gut. Ah, das war sie Wissen. Ich habe sie geschrieben. Sie hat sie kennenzulernen lassen. Aber auch nicht. Ich habe sie gewonnen, wie viele Worte. Dave! Du wirst... Sie war auch ein Freund! Sie sind... Okay meine frage jetzt jetzt kann ich dann noch mal ich habe ja aber ich habe auch so da du ich Was ist das, was ich? Ich weiß nicht, dass ich nichts mehr erzähle, aber ich habe mich überraschend gesehen, dass ich jetzt hier bin. Aber... ... 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das, Freunde? Bitte, Freunde! Wir haben uns verletzten, dass wir uns verletzten. Wir haben das, was Sie, der Schubert! Der Mann war ein wirklicher Geist. Ich bin der Mann, der sich in die Welt zu verabschieden. Der Mann ist auch ein Verlust. Der Mann ist auch ein Verlust. Ich werde das nicht verabschieden. Wir werden das nicht verabschieden. Wenn du auch der Geist auf dem Weg bist, dann kannst du dich nicht aufschieden. Du bist nicht verabschiedet. Was ist das? Wenn du nicht mehr so schnell, dann kannst du zuhören. Ich werde dich nicht mehr so schnell. war es war ja mal zack ich war ja da ist der retten erste frage ist natürlich können wir es noch können wir noch mal hier rein da waren ja einige räume die man nicht erkunden konnten oder ravens tot schwanfurt ja ich bin jetzt nicht so traurig weil ich habe immer die hoffnungen charaktere sind nicht so schnell tot vor allem nicht in japanischen rollenspielen also ich habe noch die hoffnung erklärt irgendwie überlebt hat und ja weil sie nicht ich bin da sehr optimistisch also ja ich weiß jetzt ein bisschen herzlos wenn er jetzt wirklich todes als natürlich sehr doof und ja raven war raven war die die ich nicht ich so so mann zog da noch ein grad da verlieren tschuldigung wenn man noch ein bisschen erkältet obwohl eigentlich nicht ich habe keinen schnüpfel ich habe kein husten ich habe keine halsschmerzen aber ich habe noch schleim im hals und ja das ist richtig nervig und warum kommt jetzt hier eine katze wenn ich der nähe von der hauptstadt war jetzt eigentlich so geplant wenn der taucht jetzt einfach so ihr auf dem schiff auf oder so als späne nichts passiert kirkina wong kirkina wong kirkina wong kirkina wong kirkina wong kirkina wong kirkina Ich habe mich nicht mehr verletzt, aber ich habe mich nicht mehr verletzt. Das ist ein Schmuck, Alexei. Das ist doch egal. Ich werde jetzt helfen, die Ester zu helfen. Das ist doch egal. Ja? Der Gerakles hat sich auf Tate zu verletzt. das war eigentlich dauernd mit taphern von mir abgeben dass man schon lange aufgefallen er ist das schwierig wie ein alter unter wasser so erst einmal ich muss irgendwo übernachten und meine vorräte aufstocken ich will versuchen muss mein dokument ich muss mal ganz kurz gucken ledel ledel überhaupt wieder hingepackt irgendwo auf dem desktop aber wo ich habe hier drei vier fenster offen deswegen sehe ich das nicht da da ich hoffe hat fenster von der aufnahme jetzt hin und her zu bewegen hat jetzt nicht irgendwie die aufnahme irgendwie gestört oder so soll ich wollte jetzt nämlich noch mal gucken wo ich mir notiert hat wo einige von diesen und was ich riesen monster waren einmal von themsa und fort egotor von mount themsa da ist dieser vogel das weiß ich haben wir ihn schon mal versuchte ob man sogar schon mal versucht wir haben keinen heiler merkt also habe ich denn nicht schon mal analysiert ich bin schon mal den kampf eingegangen glaube ich ne und dann habe ich das schon mal analysiert dann kann ich ja schon mal gucken dann kann ich ja schon mal gucken wie stark nein ich unter menschen vogel war level 49 825 648 im vergleich zu raven schrägstich schwan nähe ich glaube wir schaffen wir nicht dann mach mal mit der story weiter würde ich sagen erstmal brauche ich mal wieder gegenstände weil ich habe so ein paar vor allem tränke des lebens ja heilige tränke können auch nicht schaden magisches auge irgendwann herstellen großer raptor schnabel ob ich das noch mal ja bekommen von irgendwo habe ich nähert habe ich glaube ich von hier von pharaoh irgendwo hier in diese truhe weil das glaube ich drinnen ja hier haben wir noch alles dort habe ich schon aber ich würde am liebsten erst einmal diese paar ich brauche ich brauche eisenbein die bräuchte und wie viel voll viele sachen ja in der zeit weil ich weiß nicht wo ich die hat kriegt und ich versagen wir gehen ein bisschen weiter ist story vorantreiben weil du siehst verdächtig aus und auch nicht gut dann machen wir nicht so weiter weil ich will immer noch irgendwie sicher gehen hat wir hier alle sachen lernen erst mal weil ich habe sagt für flinnen wird auch nicht ewig in der truppe sein ich habe nur so einen verdacht weil der war ja in der originalversion auch nicht da das heißt der war jetzt an einigen stellen wahrscheinlich nicht dabei und ja ich überlege kann ich doch mal solch noch kolosseum versuchen möchte aber versuchen dieses mal mit hier wir hatten es ja schon beinahe geschafft eigentlich aber er kommt noch mal weiter wo muss man hin safira oder wie auch immer der ort noch mal hießen das ist ja die hauptstadt dann habe ich dir kurz speichern weil wenn ich zum beispiel jetzt irgendwie gefangen werde oder so und wenn ich mir nicht voraus kann oder irgendwie sowas dann kann ich immer noch kurz zurückgehen und irgendwie die sachen leveln zur not als er mich vorbereiten und so ich kann nicht von irgendeiner anderen seite herein okay ich kann nur von einer seite hier ein normalerweise kann man von verschiedenen orten die stadt betreten da wo ich überhaupt hier ein hauptstand ist doch hier oder am späten davon nahmen die folge ob wir sind das extra ist der feste nach der abweise aus bank betreten hatten eine flüssigkeit zuzuführen aber wir müssen irgendwo suchen ich dachte wir müssten hier in hauptstadt direkt hin dass die werden schon längst ja okay also fliegen jetzt irgendwo durch die gegend oder was okay dann suchen wir mal na ehrlich was eine katzin er hat sich jetzt irgendwie nicht anime aus sie schon ja deswegen heißt sie hier hat Ich bin der Fall, dass du den Hörger der Hörger nicht mehr so weit entfernt. Soin, die Bewerber! Die Soldiers? Das ist ein Wunder. Wenn du so weit entfernt, kannst du dich nicht mehr so weit entfernen. Ich denke, dass du das nicht immer, dass du dich von dem Weg nach vorne fangen kannst. der konto was sie nicht nur an der jahre sei den jahre sind dann ja kassi menner nein das ist ein guter Ja. stelle ich mal nicht so an können wir sind die helden mutige misperia und hat sie dann auch dann aus immer noch schleim im hals ich hasse es was wir haben uns gerade noch mit euch unterhalten ich habe sowas von gewusst 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 so kann man auch neue mitglieder rekrutieren ich bin jetzt jeden jahr ein ausmacht naja hat sich zurück bei mir zum fröhlichen gesicht ich bin jetzt ich bin jetzt ich bin jetzt ich bin jetzt